Musik Ich habe etwas gegen Rassismus. Weil ich ihn abbekomme, weil meine Kinder ihn abbekommen und weil ich mitbekomme, wie das echt Persönlichkeiten anstrengend fertig macht. Weil ich durch die Medien mitbekomme, dass Rassismus tödlich ist. Also es ist eine schnelle Antwort eigentlich. Schlimm genug, dass es im Moment in Deutschland und in Europa, in Westeuropa, auch in Osteuropa immer lautere Stimmen gibt, die sich erlauben können, frei rassistisch sich zu äußern. Und es passiert viel zu wenig dagegen. Ja, Rassismus ist etwas ganz Unheilvolles. Weil das Menschen ausgrenzt, weil das ein friedliches Zusammenleben verhindert. Davon ist überhaupt nichts zu halten. Musik Warum haben Sie sich bereit erklärt, als Jury bei Klappe gegen Rassismus mitzuwirken? Weil Klappe gegen Rassismus ein tolles Instrument ist, wenn man so will, um junge Leute in Kontakt mit einer Problematik zu bringen, die uns jeden Tag bewegt. Und es gibt vor allem die Möglichkeit, die Filme später auch zu zeigen. Was ja das Wichtigste ist, dass du einen Film machst, den dann auch später Leuten zeigen kannst. Und dabei hilft der Wettbewerb. Und deswegen finde ich diesen Wettbewerb ein ganz tolles Format. Ich glaube, dass es echt funktionieren kann im Sinne von nochmal aufrütteln. Und die Sachen, die wir eingereicht bekommen haben oder die eingereicht wurden, da sind auch wirklich so Augenöffner dabei. Das finde ich total schön. Wir hatten jetzt gerade die Diskussionskunde gehabt. Und da ist schon vieles rausgekommen, dass man bei einigen Ideen auch schon näher damit sich beschäftigen sollte, weil viele eben andere Meinungen darüber hatten. Und als wir uns jetzt ausgetauscht hatten, da ist auch schon rausgekommen, dass viele Ideen man auch von einer anderen Perspektive sehen sollte. Und ich finde das ziemlich interessant. Also die Ideen waren super bisher. Wir haben ganz viele tolle Ideen diesmal. Es sind ganz unterschiedliche Formate. Es gibt Animationen, Dokumentarfilm, Spielfilm, Werbung, Musikvideo. Es ist eine ganz große Bandbreite. Und es gibt seit einigen Stunden hier bei uns in der Jury eine wirklich sehr intensive Diskussion. Auch ich habe heute schon ein paar Mal meine Meinung geändert, habe mich überzeugen lassen. Und ich glaube, ich überzeuge auch, weil es ein paar Filme gibt. Da finde ich, die müssen unbedingt gedreht werden und unbedingt gemacht werden. Und ich freue mich jetzt schon auf sie. Ich finde es ein ganz starker Jahrgang. Warum lohnt es sich für Kinder und Jugendliche an diesem Wettbewerb teilzunehmen? Na, es lohnt sich deshalb, weil man sehen kann, dass man aus einer Idee was Praktisches machen kann. Nämlich einen Film, dass man praktisch was tun kann. Und über dieses Tun kommt man auch in eine inhaltliche Auseinandersetzung. Natürlich muss man sich dann mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Und ich bin relativ sicher, dass viele das auch in ihrem Alltag, in der Schule, in der Familie diskutieren werden. Und dass sie das sozusagen, dass sie das weiter begleitet, das Thema. Und dass sie weiterhin wissen, wie wichtig es ist, sich da klar zu positionieren. Und es gibt eben für die Ideen, die ausgewählt werden, eine finanzielle Unterstützung. Es gibt aber auch eine professionelle Beratung. Einige von uns Düren-Mitgliedern werden sicherlich dem einen oder anderen Team mal über die Schulter schauen und versuchen zu helfen. Bei manchen Bewerbungen hatte ich den Eindruck, dass es wirklich so Herzblut drin ist. Das sind Träume, die da so geträumt wurden, Tag geträumt wurden. Und ich finde es doch schön, wenn man Träume verwirklichen kann, oder?